Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Don't Starve Let's Plays. Ich bin Riktardin, ihr schaut Freeplay Games for You. Ja, das ist eigentlich schon alles. Versuchen jetzt nach und nach natürlich die ein oder andere Sache zu verbessern oder zu bauen auch. Bräuchten wir mehr Gold für eine luxuriöse Axt. Ne, das will ich ja überhaupt gar nicht. Ich will was anderes bauen. Ich will eine Schippe bauen. Das sieht ja gut aus. Wunderbärchen. Gibt es hier was in der Nähe, was man ausbuddeln könnte? Dich könnte man noch ausbuddeln, aber das Problem ist, wir haben eh nicht genug Platz da. Wir könnten mal gucken, dass wir hier neue Holz pflanzen. Genau, einfach weiter. Okay, jetzt bleiben wir lieber mal beim Feuer. Sicher ist sicher. Vielleicht doch mal was essen. Ne, Samen nicht. Können wir mal kochen. Okay, ich glaube, das war ganz gut. Essen wir mal. Kochen wir mal Karotten. Oh, das ist ganz gut, Karotten kochen. Langsam wieder ein bisschen voll machen hier. Wir werden aber nicht voll davon. Okay, unser Magen ist gut gefüllt. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir hier was nachgeben. Ob es wieder heller wird. Vielleicht hätten wir es gar nicht gebraucht. Aber sicher ist sicher. Perfekt. So, jetzt buddeln wir hier unten mal. Das aus. Den Busch. Sticken. Hochnehmen. Oh, halt, Moment. Wenn man die Perspektive ändert, sieht man noch gleich was Neues. Sticken. Pick up. Und zwar placen wir den ganzen Spass mal hier. Sowie direkt daneben nochmal. Das können wir eigentlich abpicken. Und auch placen. So. Gold Nugget. Haben wir genug. Droppen wir aber. Nehmen wir das Gras doch auch gerade mal mit. Dicken ist aus. Und placen es. Gleich mal hier neben dem Wald. Das können wir auch ausdecken. Damit wir eben über kurz oder lang hier wirklich auch Beeren und Essen und so weiter halt wirklich anpflanzen können. Ist jetzt meine Theorie. Ich muss ja zugeben, ich habe noch nicht wirklich Ahnung jetzt. Das könnte funktionieren. Das kann aber auch genauso gut nicht funktionieren. Nehmen wir mal Steine mit. Solange wir können. Haben wir auch eine Axt noch? Ne, ich glaube die Axt ist kaputt gegangen. Wir machen aber mal so eine. Genau hier den Spass können wir mitnehmen. Jetzt können wir das auch noch dicken. Oh, sagt gut. Nehmen wir auch mit. Wo haben wir denn diesen Setzling jetzt? Der kann hier mit beim Gras untenrum machen. Ist ja ganz cool, wenn das nachwächst eigentlich. Wo haben wir die Axt? Die Axt haben wir da. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Genau, noch mehr Loks. Auch hier. Chop, chop, chop. Damit wir halt auch über kurz oder lang wirklich schauen können und uns dementsprechend ausreichend Kisten und so weiter mal bauen können. Damit wir Sachen auch mal, ich sag jetzt mal, aufbewahren können. So. Genau. Place. Placen wir direkt hier mal. Dicht da hin, dicht da hin. Ah, den hätte ich vorher ernten sollen. Gut zu wissen diesmal. So, Moment. Gehen wir wieder zurück. Und wir weiter choppen können. Essensmäßig stehen wir eigentlich gerade im Moment ganz gut da. So. Dann setzen wir hier aber auch gleichzeitig neue Bäume hin. Dass er immer so einen Moment warten muss. Das nervt mich ein bisschen. Da geht's gar nicht. Da geht's. Dann nehmen wir auch mit. Saat. Ah, hier. Perfekt. Wunderbar. Nehmen wir natürlich auch mit. So einen netten kleinen Busch hat man noch ganz gerne. Auch das machen wir kaputt. Ich hoffe, dass das wirklich so der richtige Weg ist. Wie wir unser Überleben sichern können. Okay. Gucken wir mal, dass wir... Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Pick up. Placen. Oh, es wird schon wieder dunkel, oder was? Aber es wird nur dunkel. Das ist schon mal gut. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob wir hier jetzt noch Science-mäßig was basteln können. Da bräuchten wir zum einen mehr Gold, als auch mehr Rohstoffe. Ein Schild könnten wir bauen, das wollen wir aber nicht. Hier, das könnten wir machen. Machen wir auch. Machen wir auch. Machen wir ebenfalls mehr. So, das müsste eigentlich reichen. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Kiste machen können, oder sowas. Hier eine Kiste. Stellen wir die mal hier direkt zur Wand. Open. Okay, perfekt. Dann nehmen wir das hier mit. Können wir nicht. Store, können wir das machen. Store, store, store. Die müssen wir behalten. Das storen wir mal. Store, store. Fire pit. Können wir da jetzt add fuel. So, jetzt wird's hell. Wie wenig da aber auch wiederum reinpasst jetzt, ne? Überlegt euch das mal. Das ist ja schon heftig. Store, store. Jetzt sind wir da eigentlich voll. Gucken wir, dass wir das hier platzieren. Okay, und jetzt wird er lieber beim Feuer bleiben. So, was können wir denn hier noch machen? Bisschen Feuer mehr rein. Sicher ist sicher. Ich trau hier gar nichts. Müssen die auch nur überleben. Was können wir in die Richtung Fallen und so weiter bauen? Bräuchten wir noch scheiße? Okay. Bräuchten wir Spinnenweben? Einen Regenschirm? Oh, oh. Ich glaube, wir werden nass jetzt. Essen wir lieber mal was? Inspekt. Das Problem ist, wir brauchen jetzt auch wieder was zu essen ordentlich. Hält das Feuer noch? Ich hoffe, ja. Was wollen das? Oh, 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 oh. Komm, du hältst noch Feuer. Feuer, du hältst. Feuer, Feuer, du hältst. Halte aus Feuer, geh nicht aus. Okay, es hat geklappt. Es hat gehalten. Grüner Pilz. Equip. Oh, okay. Brauche ich Rohstoffe, natürlich. Oh, oh. Ist das geplant? Soll das so sein? Was ist hier los? Das Spiel ist doch sadistisch, oder nicht? Nett im Ernst, oder? Alles, was wir jetzt hierhin gebracht haben, ist... Leck mich doch am Arsch, ey. Das nehmen wir mal mit. Take. Das nehmen wir auch mal mit. Euch nehmen wir mit. Damit wir eben Sachen bauen können. Werkzeugmäßig. Ich glaube das einfach nicht. Das ist doch ein Scherz, oder? Was ist das hier? Asche. Nehmen wir mal Asche mit. Vielleicht kann man es gebrauchen. Ich weiß es nicht. Was ist ein Sadistenspiel, ey. Das glaube ich nicht. Brauchen vor allen Dingen Essen jetzt. Scheiß auf die Dings hier. Das ist doch ein Witz. Wie sadistisch darf ein Spiel sein, bitte. Wo sind hier bitte die nächsten Kanickel? Habe ich hier noch eine Schaufel? Küpen wir den Spasma. Evil Flower. Ein Ring-Ding. Äh, ja. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Dimensionale Energien sammeln. Wenn er sagt, das ist gut, dann soll es halt so sein. Brauchen Essen. Brauchen Essen, Leute. Okay, irgendwelche Kabel. Ein Friedhof, ich glaube, das ist nett, was hier los. Ich wollte eigentlich Erdhörnchen oder sowas treffen. Aber okay, von mir aus auch Friedhöfe. Ich glaube, wir haben uns hier die schlechteste Umgebung ausgesucht zum Leben. Und dass die hier so schweinig unterwegs sind und uns einfach mal sagen, hier, ihr könnt uns mal, so nach dem Motto. Wo kriegen wir denn hier Essen her? Essen, Essen. Leute, ich brauche was zu essen. Das glaubt mir doch keiner, oder? Hier unten war ein Schwein irgendwo. Die haben noch meistens Essen. Hallo Schwein. Wo soll er essen? Das kann es doch nicht geben, oder? Die haben nichts zu essen. Ist doch hier eine komische Blume. Essen, wenn wir das machen. Vielleicht hilft es. Nicht wirklich. Das gibt es doch überhaupt nicht. Wo kriegen wir denn was zu essen her? Verdammte Hölle. Wir verhungern nur wieder. Ich glaube, wir stehen super gut da. Mit einem einfachen Pilz bringt uns das nicht viel. Wow. Scheißen, Dreck. Oh, was ist denn hier los? Aktivieren. Das ist wieder so ein Wiederbelebungsdingens. Müssen wir wieder zurück. Das bringt uns alles nicht weiter. Was sein Scheiß. Oh, Essen, Essen, Essen. Wir haben ja zum Glück die Fackel noch dabei. Oh, schick. Ähm. Droppen wir mal das hier. Guck mal, wir brauchen die Bären. Ja, ja, ja. Gubbel, guppel. Gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich noch zu unserem Zuhause kommen. Das hier irgendwo sein müsste. Zwischendurch auch mal was futtern. Oh, mein Gott. Wo ist unser Zuhause noch mal? Muss doch hier irgendwo sein. Hier ist der Friedhof, also eher hier oben. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Da oben müsste es sein. Und da ist es auch. Super. Unser Daheim. Würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ich bedanke mich natürlich für immer fürs Zusehen. Und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.